auch nicht so richtig hallo wo kommen wir so sehr fest ist das ja für eine scheiße hier komme ich definitiv nicht rein das licht ist ja auch eher unangenehm wie ich finde und nein ich mache jetzt eher nicht den tino rittler aber ich finde es trotzdem unangenehm geht so ein bisschen auf die augen so und jetzt sagt er mir hier soll ich rein ach ja gut da habe ich wohl dezent nicht richtig geschaut aber durch das licht kann das passieren finde ich eine gute gute erklärung so jetzt bin ich hier ach wer bist denn du mit dem angenähten hals ja und das soll auch so sein mein könnees schieße schieße du bist du mit dem zu total media du siehst du deine faith in humanität genau es ist wirklich ziemlich amusende es ist wie reality tv nur du kennst du kennst du wie hast du hier Oh, ich hatte ein Wort mit den Regeln. Entschuldigung, ich habe ein Wort mit den Regeln. Ja, das klingt wie das alte Loh-Wang. Zilla weiß das? Das ist auf der QT. Ich bin eigentlich hier für ein Freund. Eine, ähm, Frau Gamiko? Gamiko? Wie ist sie? Ich hatte Angst vor der letzten Mal, als wir gesprochen haben. Sie ist nervös. Sag ihm, dass ich gut bin. Sie ist okay. Ich habe mich überrascht, aber ich habe da. Sie hat mich für ihre Notebooks bekommen. Na, das ist wunderschön. Sie hat mir sehr spezifische instruktionen, die nicht zu einem anderen geben. Komm schon, Zin! Du kennst mich! Mein Punkt ist genau! Wie weiß ich, dass du wirklich hier bist und nicht nur die Loh-Wang ist? Nein, nein. Weil... Das klingt wirklich bekloppt. Sie ist eigentlich... ...inside in meinem Kopf. Komm wieder? Sie? Ha! Der Körper wurde korrupt und ihr Seel war... ...sick? Ich... ...ich nicht wirklich verstehe, um dir die Wahrheit zu erzählen. Alles, was ich weiß, ist, dass sie hier drin ist. Das ist... ...rediculös. Ja, ja, es war die Wahrheit. Ha! Ha! Jacky Chan Filme? Ha! 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 Und du hast du auf einen Gliess? Um, ja... Das war's. Ja, ich muss dir sagen, ich bin nicht in den Markt für Hugs gerade jetzt. Fair enough. Okay. So, was ist in diesen Notebooks? Das sind meine Daten experimentale. Das ist die Grundlage meiner Arbeit auf ZL4906. Du sagst, Shade? Shade ist Trash. Strecke. Halt davon ist die Geschwindigkeit in Heroin. Die Leute sehen gar nichts. Du hast das Gefühl. Ich habe das Ding inventiert. Das ist ein bisschen schwerer Scheiße. Also, du bist für alle diese Junkie in der Stadt. Hey, alle sind für sich. Diese Leute kaufen schreckliche Sachen und werden auf andere Drugs getroffen. Das ist auf sie. Ich nehme nicht Drugs. Ich mache Experimente auf Forschungsfonds, die visionäre Reaktionen verhindern. So kann man es auch nennen. Ja, ja. Du hast keine Ahnung, was du sprichst. Okay. Die Lady ist also auf Drogen. Und er ist weg. Gut, wie auch immer. Wir sollen zu dem Punkt rennen, der markiert ist. Was wir ja sehr gerne tun können. Welcher ungefähr 120 Meter entfernt war gerade eben. Und unter uns ist. Und ich wette, da kommen wir nicht einfach so hin. So einfach macht es uns das Spiel nicht. So, wir müssen noch weiter runter, wenn mich nicht alles täuscht. Hier kommen wir nicht runter. Lalalala, ach ist das schön. Ausnahmsweise bin ich mal nicht am Schnetzeln. Wobei mir das mit meiner Shotgun ja mal richtig auf die Nüsse geht. Aha. Aha. Einmal. Hier. Gerade in diesem Spiel nicht. Da haben wir doch mal. Na ja, können wir nichts mit anfangen. So, hier geht's die Treppe runter. Aha. Da geht's auch wieder die Treppe runter. Mich nervt, dass ich meine Shotgun nicht habe, ne? Ich tendiere dazu zu sagen, dass ich wahrscheinlich noch tiefer muss. Ja. Ich habe im Übrigen gerade, glaube ich, echt Munitionsprobleme. Die meisten Wummen sind einfach leer. Aha. Toll. Ganz toll. Und wie komme ich denn da jetzt hin? Ach, Gegner. Wieso habe ich das nur geahnt? Nee. Also, er zeigt mir das. Mal guckst du nicht auf die Wegfindung. Mal guckst du. Und wenn du nicht guckst, bist du falsch. Und wenn du guckst, bist du auch falsch. Also, ich muss hier rein. Sagt er mir jetzt einfach mal so. Äh? Jetzt mich verkackern. Ich komme doch gerade von oben. Ach. Hier vielleicht irgendwo? Jetzt sagt er hier runter. Machen wir auch. Kennen wir nix. Er hat gespeichert. Das ist immer gut. Ich mag es, wenn er speichert. Und irgendwie glaube ich, dass... Ach, Scheiße. Okay, Jungs. Oh, was könnt ihr denn alle einstecken hier? Das ist doch nicht nett. Echt nicht. Ach, hau ab. Seht's. Seht's. Ich sagte, sieh zu, dass du die Land gewinnst. Das wird auch munitionstechnisch langsam sicher echt beten wenig. Ich könnte im Übrigen mal und dann nochmal eben hier aufnehmen. So, weiter geht's. Ach, der erschreckt mich immer. Mann, 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 Mann. Okay. Okay. Jetzt soll ich wohl drei Notebooks besorgen. Ich glaub das ja alles nicht. Bin ich denn hier von Media Markt oder so? Ich glaube eher nicht. Ah, ha, 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 ha. Was denn? Äh, Femi, ne, du ahnst es nicht. Ach, du Schande. Du ahnst es nicht, ey. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Du kannst das und ich hab nix. Scheiße. Haze. Aber ganz dringend Haze, ey. Oh, komm, lad nach. Lad nach. Na, komm schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Not nice. Not nice. Not nice. Nicht nett. Nicht nett. Könnte ich mal. Geh kaputt. Geh kaputt. Ich sage dir, geh kaputt. So, der ist im Arsch. Und so soll es ja auch sein. Aber das da oben, das war noch längst nicht alles. Na dann. Dann wollen wir mal. Ja, ja. Ist klar. So. Jetzt mal hier und mal in Haze. Na komm. Komm her. Komm zu mir. Komm zu Papa. So. Haben wir da noch mehr? Da haben wir doch noch ein. Genau. Artig ist doch. So. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen C hier. Davon können wir auch gebrauchen für unser Schwertchen. Aber wirklich viel liegen lassen haben die Arschlöcher auch nicht. Ein bisschen Muni. Und das war es dann auch schon. Das war nicht viel. Um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja. Ach. Hiermini. Gegneransicht. Ach. Dann wollen wir mal hier. Ja. 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 Komm her jetzt. Komm zu Papa. Arschloch. 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 So, ist jetzt hier... Nein, doch, oder? Gut. Gut, gut, gut. Äh, äh. Fahrstuhl, wo auch immer der hinführt. Da ist irgendwo ein Kistchen. Also wir fahren jetzt mal nach oben, würde ich mal fast behaupten. Ach, super! Da stehe ich da drauf, ne? Stirb. Hey, ja, dann nimmst du das wohl. Danke. Ei, 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 das war knapp. Ach, hau ab! Ne, zu, dass du lang bist, ey. So, und jetzt du... Mann, 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 Mann. Okay, da bin ich voll. Na, ein Traum. Wenn das kein Traum ist, dann weiß ich's ja nicht. Auf jeden Fall ist der Weg, den wir gerade gehen, ziemlich verkehrt. Aber das... Ski, das können wir in jedem Falle brauchen. Was ist denn das hier überhaupt? Projektile. Na, die brauch ich wohl nicht. Wofür auch immer die gut sind. So, jetzt sagt er. Jetzt sagt er. Jetzt sagt er. Jetzt sagt er. Wir machen für heute ein kleines Päuschen und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Und die Notebooks besorgen wir dann... Ah ja, alles klar. Du Schande, der ist schon wieder groß. Besorgen wir beim nächsten Mal. Alles klar, bis denn dann. Tschüss. Tschüss. Wir machen uns für heute ein paar Jahre. Now. Vielen Dank.